Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Unser Wohlstand ist das Ergebnis wettbewerbsfähiger Unternehmen und einer Politik, die den Kräften des Marktes Raum gibt und auf Freiheit, Verantwortung und Gerechtigkeit setzt. Ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen, Leistung muss sich wieder lohnen. Nur weil Leistung erbringt, kann dafür eine entsprechende Entlohnung erhalten. Die Früchte des Wachstums sind Arbeit und Fortschritt. Konsum ist der stabilisierende Faktor der steigenden Konjunkturerwartung. Wer will, der kriegt. Der globale Warenhandel schafft auf der ganzen Welt Arbeitsplätze. Deutschland ist ein Globalisierungsgewinner. Deutschland ist führende Wirtschaftskraft und verlässlicher Handelspartner in der Welt. Jetzt den Standort stärken und Wohlstand langfristig sichern. Die konsequente Modernisierung und Entwicklung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern dient nicht nur der Beseitigung der Hungaprobleme, sondern ist auch der Motor für eine umfassende wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder. Die Infrastruktur in Deutschland soll gut bleiben. Vom internationalen Projekt der Kalibe Bayern wollen wir die Welt neu denken. Hat es sich ausgewachsen? Den Fragen zu den Grenzen des Wachstums gehen wir in drei Projektphasen nach. In der Phase 1, wie viel ist genug für unsere Erde? In der Phase 2, wie viel ist genug für unsere Gemeinschaft? Und in der Phase 3, wie viel ist genug für meine Zufriedenheit? Weniger kann mehr sein. In der ersten Phase, der Weltphase, haben wir zwei bayernweite Aktionen. Den Upcycling-Wettbewerb für alle Kalibe-Gruppen ab drei Personen. Aus Alt mach Neu. Eure Aufgabe ist es, möglichst kreativ alte Produkte abzucyceln und ihnen eine neue Verwendung als Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtsdeko zu geben. Dabei macht ihr Fotos und erstellt eine Bastelanleitung. Beides schickt ihr uns per E-Mail oder Post bis zum 1. Advent. Das ist der 29. November. Dann startet die Online-Voting-Phase auf Facebook. Je mehr Werbung ihr für eure Gruppe macht, umso höher sind eure Chancen zu gewinnen. An Weihnachten verkünden wir die Gewinner, denen tolle Preise winken. Der erste Preis, immerhin eine 24 Stunden ausgewachsenen Abenteuer für eure Gruppe. Und wir haben noch eine Postkartenaktion für euch. Liegt euch unser Planet am Herzen? Im Dezember tagt in Paris die UN-Klimakonferenz und entscheidet über wichtige, nötige Maßnahmen zum Klimaschutz. Dann macht mit und sende deine Liebesbotschaft, Chutem, und verbinde sie mit deinen Forderungen an die Verantwortlichen der Erde. Gestalte diese bis Mitte November. Klebe eine Briefmarke drauf und schick sie an die Landestelle der KLP Bayern in München. Wir sorgen dafür, dass die Karte nach Paris kommt. Und wenn du weitere Informationen oder Materialien zu Ausgewachsen suchst, dann schau doch mal auf unsere Homepage und beteilige dich an unserem Blog. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020